In unserer heutigen Lyriklesung ein Klassiker der Experimentallyrik von Micky Krause, Jan Pillemann Otze. Dieses Lied habe ich für einen Freund von mir entwickeln lassen, der einen sehr lustigen Namen hatte, aber darüber sehr traurig war. Und dieser Name lautetete Jan Pillemann Otze. Pillemann Otze Arsch. Jan Pillemann Otze Otze Arsch. Jan Pillemann Otze Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pillemann Otze Pillemann Otze Arsch. Jan Pillemann Otze Otze Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze Arsch. Es gibt Menschen, die heißen Krause, singen Lieder von zu Hause, dann gibt es Menschen, die heißen Meier, mindestens einen auf jeder Feier. Und es gibt einen, das ist interessant, den hat man Jan Pilemann Otze Arsch genannt. Jan Pilemann Jan Pilemann Otze Arsch Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze Arsch. Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze, Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze, Arsch, er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze, Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze, Arsch. Es gibt Menschen, die heißen Becker oder Konstantin oder Wecker, wie die Anderer einfach heißen, einfach Oliver oder Geissen. Es gibt einen, das ist interessant. Den hat man Jan Pilemann Otze, Arsch, genannt. Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze, Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze, Arsch, Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze, Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze, Arsch, er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze, Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze, Arsch, er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pilemann Otze, Pilemann Otze, Arsch, Jan Pilemann Otze, Otze, Arsch. La 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 Ja, sie spricht immer mit ihm. Er bayern sich nicht. Er bayern sich nicht. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze Arsch, Jan Pillemann Otze, Otze Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze Arsch, Jan Pillemann Otze, Otze Arsch.